Unser heutiges Thema ist Meditationsformen. Wir gucken uns zuerst ein bisschen Theorie dazu an und schauen uns dann auf praktischer Ebene auch ein paar Techniken, die speziell aus unterschiedlichen Traditionen kommen, aus unterschiedlichen Richtungen, weil jeder ja von uns anders ist und die eine Meditation, die einem gefällt, wird dem anderen vielleicht nicht so gefallen oder nicht so gut hinhauen und dementsprechend, weil es viele Leute gibt, viele Traditionen, viele Herangehensweisen, gibt es auch viele unterschiedliche Methoden zu meditieren, unterschiedliche Techniken auch. Aber wie ich das am Anfang immer mache, durch so eine interaktive Fragerunde, frage ich euch, kann jeder dazu ein paar Worte sagen, wie gestern, was ihr unter Meditation versteht, ob ihr Meditationen kennt, das muss jetzt nicht so lang und ausführlich sein, vielleicht nur ein paar Worte. Also dass wir halt jetzt so ein Gespräch bilden, dass ich auch weiß, was ihr euch darunter vorstellt und das wird unsere Ausgangslage dann sein, okay, für die weitere Lektion, für den weiteren Verlauf. Okay, bei mir, ich stelle vor, das erste Stoffe, die ich abzuschalten von den Gedanken und auf unterschiedliche Weise, wie du gesagt hast, aber ich suche immer Zugang mit dieser höheren Macht, ja, gut, ja, irgendwie und irgendwie spüre das und wenn ich gefunden habe, dann versuche das nicht zu verlieren. Ohne bestimmte, du kannst nicht einmal, wie Sankalpa heißt, eine Fragesteller, aber ich in Wirklichkeit nicht unbedingt, ich lasse mich einfach so, wie das lohnt. Gedanken, ich schreibe mal ordnen, weil ausschalten wird vielleicht noch zu früh, zu weit hergeholt sein. Gedanken ordnen erst mal, um das andere Verbindung zu hören können. Und dann Verbindung zum Hören, oder Verbindung zum Nivellen, okay, gut. Für mich ist Meditation eine Konzentration auf etwas, zum Beispiel entweder die Atmung oder ein bestimmtes Bild, ja, im Kopf. Gut. Aufhalten, von alles andere sich abzuschalten. Und abzuschalten. Ja, das kann man hier auch einordnen, so Gedanken ordnen, also Ruhe in sich hineinbringen und sich auf etwas konzentrieren, genau. Weiter. Nichts im Moment bleiben und Verstand abschalten. Gut. Im Moment, schön. Ich bin eigentlich schon da jetzt. Ich brauche mich nicht mehr zu sagen. Okay. Im Moment ist ja auch mit der Konzentration. Ja. Ich brauche mich nicht mehr zu sagen. Ja. Bei sich sein, entspannen, zentrieren, sinken. Ich schreibe hier noch dazu, bei sich sein. Ich möchte auch, ich habe gelesen, dass es hilft, Konzentration zu verbessern, also die Konzentration. Und ich habe ganz viel gegrübelt und möchte auch lernen, dass ich merke, welche Gedanken sind, wo ich grübele, damit ich lerne, positiver zu denken. Also das ist wieder so, seine Gedanken zu ordnen und um sich zu konzentrieren. Okay. Gut. Eine sehr gute Ausgangslage haben wir jetzt hier für uns geschaffen. Und jetzt kommen wir wieder zum Patanjali zurück, wo wir gestern auch angefangen haben, was Patanjali unter Meditation versteht. Im Grunde genommen ist das Wort Meditation eher ein neues Wort. Also in Indien gibt es das Wort nicht oder im Yoga gibt es das Wort nicht. Da gibt es andere Wörter oder Begriffe dazu. Also da gibt es den Begriff hier, Dharana. Und Dharana ist die sechste Stufe nach Patanjali, weil wir haben ja gestern gesprochen, dass Patanjali das Erreichen der Yoga so beschreibt, also ihr müsst Vairagyam praktizieren und im Abhyasa oder streng, ständig und immer fortwährend das Yoga praktizieren. Vairagyam, ihr seid unabhängig und ungebunden an die unterschiedlichen Gedanken, Gegenstände, Menschen und sonstiges. Auch an die Ziele hängt ihr euch nicht dran, dann erreicht ihr das Yoga. Aber weil es hier schwierig ist, so danach zu leben oder diese Aspekte in sich einzuschalten, damit die gut funktionieren und Wirkung zeigen, gibt ihr einen schrittweisen Weg vor. Also ein unterschiedlicher Weg beginnt mit Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, das ist Nummer 6, hier ist, Triana Nummer 7, Triana, und Nummer 8, Samadhi. Habt ihr diese Begriffe schon mal gehört? Zumindest den Begriff Samadhi. Das ist im Yoga geläufig und diese Begriffe kennt man dann auch in Indien und in Asien. Und dieser Begriff Samadhi, der ist auch jetzt in den neuen Sprachen, irgendwo Thailand, Indonesien und so, ist ein bisschen in abgewandelter Form, aber das Wort kann man da drin schon erkennen. Also sagt er, wenn wir gleich zu meditieren beginnen, also diese Schrittfolge sagt uns aus, dass wir nacheinander praktizieren müssen. Was würde passieren, wenn wir gleich in Samadhi wollen? Wird das funktionieren? Was denkt ihr? Warum würde das nicht funktionieren? Warum kann ein normaler Mensch sich nicht hinsetzen und nach ein paar Minuten das Samadhi erreicht? Die Energie entwickelt sich langsam. Okay, noch Meinungen? Zu wenig Tapas, also zu wenig Energie. Na, man hält es nicht aus, man wird explodieren. Nur vielleicht würde man das nicht aushalten. Man weiß ja nicht, was man machen soll, im Grunde genommen. Was ist das Samadhi überhaupt? Wie erreiche ich das? Was muss ich jetzt? Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich vor mir einen schwarzen Bildschirm. Also ich habe ja dann noch lange nicht den Samadhi-Zustand erreicht. Wenn wir anfangen zu meditieren, jetzt lassen wir das Samadhi mal weg. Wenn wir anfangen zu meditieren und mehr und mehr Energie aufbauen, was passiert dann mit uns? Oder was passiert mit euch, wenn ihr anfängt, heute in der Früh zum Beispiel. Wir sind gesessen, haben uns auf den Atem konzentriert. Eine Stunde. Was ist in eurem Kopf passiert? Oder in euren Köpfen? So ein paar Worte oder Stichpunkte. Ab und zu kommen Gedanken doch. Ab und zu oder immer? Chaos. Ja, manche sagen ab und zu, manche sagen immer. Also das ist, schafft man sich dann zu konzentrieren, wenn dieser Gedanke Chaos da ist. Dann schafft man sich nicht wirklich zu konzentrieren. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, was ist in eurem Körper passiert? Oder was war während dieser Stunde in eurem Körper los? Alles hat wehgetan, die Beine schlafen ein und so. Man muss die Beine wechseln. Hinter, der Körper ist hinter. Der Körper ist dann hinter sozusagen, genau. Also muss man, weil für diese Praktiken, da müsste man schon, naja, eine halbe Stunde ist hier fast nur so zum Aufwerten. Das haben wir gestern auch besprochen. Man müsste schon hier ohne Regung, ohne den Körper zu regeln, schon mehrere Stunden sitzen können. Also für diese ganzen Sachen, für das innere Yoga. Also haben wir Methoden, den Körper darauf vorzubereiten. Also Hatha Yoga speziell ist eine Methode, den Körper darauf vorzubereiten. Wir haben ja sehr viele Übungen, die unsere Hüftgelenke locker machen, die die Muskeln dienen, damit wir einfach das Sitzen besser beherrschen. Und je lockerer, je beweglicher die Beine sind und das zum einen. Und zum anderen muss man das Sitzen einfach üben. Also der Körper, wenn er das nicht gewohnt ist und hier platziert ihn in einer bestimmten Form, der wird sich auf alle Fälle nach einer bestimmten Zeit melden. Weil der Körper ist halt so ein Ding, sag ich mal eine biologische Maschine. Er so neigt zum Bewegen, er braucht die Bewegung auch. Und für ihn ist das Stillstehen oder ohne Bewegung ist das für den Körper, na ich sag mal, fast ein bisschen unnatürlich. Sogar wenn wir schlafen, drehen wir uns auch ständig hin. Und hier der Körper ist also immer in Bewegung. Und das heißt, neben dieser Öffnung der Gelenke, speziell Hüften, und der Verlängerung der Muskulatur, der Beweglichmachung des Körpers, müssen wir den Körper auch trainieren, lange und ohne Bewegung zu sitzen. Und dann passiert das nun mal nur durch diese Askese, die wir durchstehen müssen. Das heißt, ihr sitzt, ein Bein schläft ein, ihr wechselt nicht sofort die Position, ihr versucht es durchzuhalten. Der Rücken meldet sich irgendwie, und dann versucht ihr trotzdem, auch wenn er sich meldet, wenn es unbequem ist, versucht ihr trotzdem durchzuhalten. Und so könnt ihr die Zeit immer verlängern, so nach und nach, mit den Monaten oder Jahren. Der Körper lehrt es dann, so ruhig und ohne Bewegung zu sitzen, und dann funktioniert das besser. Warum denkt ihr, oder was denkt ihr, was passiert, wenn wir den Körper bewegen? Also wir wollen jetzt meditieren. Und die ganze Zeit rege ich meinen Körper, meine Beine, zum einen, aber noch wichtiger ist, Ablenkung das, und Unruhe, genau. Und diese Unruhe, weil Geist und Körper ist ja ein einzelnes Wesen, das hängt alles zusammen, und man vergleicht es oft mit so einem Glas. Wenn das Glas mit Wasser still steht, dann ist das Glas auch, das Wasser ist auch ruhig, so an der Oberfläche. Wenn man das Glas beginnt zu schütteln, beginnt das Wasser sich auch zu bewegen. Und genauso ist unser Verstand, wenn wir den Körper anfangen zu bewegen, bewegt sich irgendwo auch unser Verstand mit. Und deshalb, wenn wir meditieren wollen, wenn wir uns gut konzentrieren, lernen wollen, müssen wir den Körper einfach ruhig halten, ohne Erregung. Und dann kommt der Verstand auch mehr zurück. Das haben wir hier besprochen, weil wir wollen unsere Gedanken ordnen und uns konzentrieren. Das sind halt so die ersten Schritte. Und speziell gibt es auch Vorschriften im Yoga, die Yama und Yama Prinzipien. Das sind einfach Prinzipien, nach denen man leben sollte. Yama, Niyama ist einfach die Basis. Das ist die Basis aus diesem Hintergrund, weil wenn ich irgendwie noch unausgelebte und unabgeschlossene Triebe, Wünsche, Begierden oder Sonstiges habe, die noch in meinem Inneren existieren, was passiert dann, wenn man die Augen zumacht und sich stillsetzt? Die fangen sich an zu melden, in Form von Gedanken, in Form von irgendwelchen anderen Emotionen vielleicht sogar. Und das lenkt natürlich sehr, sehr ab. Und speziell die Prinzipien des Yama, die lernen den Menschen in einem sozialen Umfeld auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Also zu Yama Prinzipien gehören ja dann solche Begriffe oder Aspekte wie das Nicht-Stehlen, Nicht-Lügen, das Nicht-Ansammeln und das Nicht-Anheften an bestimmten. Dinge oder materielle Sachen auch und die vollständige Kontrolle seiner Sinnesorgane vielleicht oder seiner ganzen Gefühle, was man so als Brahmacharya bezeichnet. Das liegt die Grundlage, weil wenn ich eine bestimmte Lebensweise führe, kann mein Verstand einfach nicht ruhig bleiben. Wir nehmen zum Beispiel nur einen Dieb. Wenn Yama heißt das, du sollst nicht stehlen. Wenn ein Dieb, wenn er ein paar Sachen gestohlen hat, denkt, kann er sich dann konzentrieren, weil woran muss er ständig denken? Wenn er ständig geklaute Sachen irgendwo bei sich in der Wohnung hat. Oder den Todesängsten. Genau, er bildet Ängste, dass jemand ihn findet, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Er muss halt von den Ordnungshütern, keine Ahnung, Polizei oder sonstiges Angst haben, dass er dann irgendwie bestraft wird oder in den Knast kommt. Also das schafft schon auf alle Fälle Unruhe. Also ein Mensch, der ständig Lügen erzählt, was hat er dann für Gedanken, wenn er in sich reinguckt und abschalten möchte? Auch Ängste. Auch Ängste, dass die Lügen nicht nach außen kommen. Okay, der muss auch daran ständig. Und durch diese bestimmte Lebensweise, wenn man das Yama ausliebt, das schafft euch die ethische Basis, aber auch die energetische Basis, dass euer Verstand einfach ruhiger ist. Er muss nicht irgendwelche Ängste aufbauen oder haben, dass irgendwer kommt und euch bestimmte Fragen stellt oder dass ihr auffliegt oder sonstige Sachen. Also das ist verständlich. Das sind speziell die Yama-Prinzipien. Und die Niyama-Prinzipien, also wie Sauberkeit, Tapas, Zufriedenheit, Selbsterkenntnis und Selbsterforschung und die Hingabe an Gott, diese Niyama-Prinzipien, das ist die zweite Stufe, also von diesen acht, das sind die letzten drei. Die zweite Stufe, die bringt eure innere Welt dazu, dass sie sich von angesammelten Unreinheiten befreien. Okay, also die erste Stufe bringt euch ein gutes soziales Umfeld und durch euer Verhalten eine bestimmte innere Ruhe in euch drin. Und die zweite Stufe, die Niyama-Prinzipien, ihr braucht es und kultiviert das auch, damit ihr einfach im Inneren reiner wird. Weil wenn ich heute anfange Yoga zu praktizieren, heißt das, ich habe eine bestimmte Vergangenheit und keiner von uns war in der Vergangenheit heilig und hat alles perfekt ausgeführt. Also wir haben schon auch von früher noch diese Einflüsse, die uns jetzt immer noch nicht in Ruhe lassen, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn wir das Niyama praktizieren, das kann jeder nachlesen und nachgucken in anderen Lektionen, wenn wir das Niyama praktizieren, schafft es eine gewisse Sauberkeit in uns. Und dann, wenn wir diese ethischen Grundlagen beherrschen und danach leben, können wir Asana, Pranayama, also speziell Pranayama-Atemübungen machen und uns da weiterentwickeln und zum Pratyahara übergehen. Pratyahara ist die fünfte Stufe. Es ist dann aber auch für uns alle ganz wichtig, Pratyahara ist es, wenn wir als Praktizierende alle unsere Sinne und Gedanken lernen abzuschalten und einfach nach innen zu kehren. Also wenn ich Pratyahara praktiziere, also wenn ich die Augen zumache und mich da rein meditiere, heißt das, ich kriege nichts mit, was um mich herum passiert. Also die Geräusche können mich nicht aus der Ruhe bringen. Irgendwelche anderen, ob es mir kalt oder heiß ist, oder auf der Haut, also diese Sinnesorgane, muss ich auch kontrollieren lernen, dass mir das nichts ausmacht. Also speziell auch wenn der Körper beginnt Schmerz zu empfinden oder sich so zu melden, dass man da auch nicht darauf eingeht oder so fast nicht reagiert. Also dass man die Sinne, die vergleicht man im Yoga wie die Beine einer Schildkröte, also die Sinne sind nach außen und Pratyahara ist diese Methode, wenn die Schildkröte, als ob sie die ganzen, also ihre vier Beine und den Kopf einzieht in den Panzer und so ziehen wir unsere Sinnesorgane, also Geruchssinn, Gehörssinn, Geschmackssinn sowieso nicht, weil wir beim Meditieren nicht essen und unser Gefühl, was die Haut dann aufnehmen kann. Also Luftzug, irgendwelche Temperaturen oder sonstige Insekten, wenn sie ihn draufsetzen, das sollte einen nicht stören, beziehungsweise gehe ich von der Annahme aus, dass die Yogis früher das so weit abschalten können, dass sie gar nichts mehr bekommen. Weil Sinnesorgan ist hier über einen Kanal verbunden, also energetisch über einen Kanal verbunden mit dem Verstand. Und ich denke, man kann meditativ den Verstand so in Arbeitsweise oder Funktionsweise bringen, dass ihr, dass diese Signale gar nicht im Gehirn ankommen oder dass diese Gehirnareale abgeschaltet werden, meditativ, dass wenn ich was hören auch würde, die Signale kommen an, aber diese Gehirnzone ist abgeschaltet und ich höre einfach nichts. Okay? Ist das so verständlich? Also ich bin, ich weiß keine Menschen, die das tatsächlich können. Also man kann es schon jetzt sagen, ich passe nur auf mein Inneres auf, aber trotzdem irgendwo im Hintergrund höre ich, wenn draußen ein Auto vorbeifährt oder wenn da irgendwer hupt oder wer redet. Aber also aus den Büchern kann man das sich so herausdenken, wenn man das logisch vorsieht, den Gedanken, dass es tatsächlich so war, dass man wirklich nichts hört. Als hätte man wirklich Stöpsel drin. Und dann kann man gut in sich hineingehen, dann kann man gut konzentrieren. Und dann wird man von seinen fünf Sinnen nicht abgelehnt. Weil also zu eurem Verstand, was wir gerade gesprochen haben, wenn der Verstand unterschiedliche Gedanken abspielt und die uns ablenken, können uns auch unsere fünf Sinne ablenken. Und die fünfte Stufe, Pratyahara, ist halt das Abschalten der Sinne. Der Unterschied zu Schlaf? Der Unterschied zu Schlaf? Naja, im Schlaf ist ja auch so, dass wir bestimmte Bilder und sehen und wahrnehmen. Und im Schlaf ist das Bewusstsein auf einer ganz anderen Ebene. Also meditativ, im Schlaf kriegt man ja nicht mit, dass man schlägt. Höchstens, es gibt doch solche Praktiken, wo man während des Schlafens auch bewusst, wenn Traum steuern kann und sagen, ich gehe hier nach links, nach rechts, nach vorne, nach oben oder nach unten im Traum. Aber das können die wenigsten Menschen. Normalerweise passiert das alles automatisch. Wir sehen irgendwelche Bilder. Oder wir schlafen ohne Bilder, ohne Träume, dann sind wir einfach weg. Und wir wissen auch nicht, wie viel Zeit dann vergangen ist, wenn wir aufwachen. Okay, das ist der Unterschied zum Schlafen. Also hier das bewusste Erleben, also was in meinem Inneren passiert, also ich bin mir bewusst, dass ich ich bin, dass ich der Beobachter bin. Im Schlaf ist ja dieses, ja, ist es entkoppelt. Okay, gut. Und dann beginnt das Dharana. Dharana ist Konzentration. Also man kann das hier auch schon eine Verbindung schaffen zu diesem Aspekt, den wir angesprochen haben. Und Konzentration ist speziell das Zusammenziehen, also das Gegenteil von Streut. Zentrum, also Konzentrum, Konzentration. Wir bringen unsere ganze Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt. Oder wir beobachten einen kleinen Punkt. Also ich kann ja auch meinen Blick, also wenn ich das ein bisschen fokussiere, ich kann ja meinen Blick streuen, dass ich mir räumlich wahrnehme, was um mich herum passiert. Und ich kann meinen Blick auf einen Punkt streuen. Wenn der Punkt vor mir irgendwo auf der Wand ist. Und genau ist das so mit meiner Aufmerksamkeit. Also ich kann die Augen zumachen und meinen ganzen Körper wahrnehmen und spüren, was im Körper passiert. Das muss man auch trainieren. Das passiert nicht gleich gut und nicht überall. Aber man kann schon diese Richtung, also das kann jeder von euch. Oder ich kann speziell nur einen kleinen Punkt irgendwo in mir wahrnehmen. Dann habe ich meine Aufmerksamkeit auf einen Punkt konzentriert. Speziell ist das sehr deutlich und gut zu verstehen, wenn ich irgendwo eine Wunde habe. Eine kleine Schnittwunde. Und die meldet sich durch einen Schmerz. Und dann ist automatisch meine ganze Konzentration dort. Also man kann vielleicht das durch Versuche feststellen, wenn man hier eine größere Wunde hat und hier eine kleinere, dann spürt man nur die größere Wunde. Also im Normalfall, weil die sich stärker meldet. Also meine Konzentration ist dann auf diesem einen Punkt. Und gedanklich eben versuchen wir oder lernen, weil das ist ja erst die Stufe 6, versuchen wir unsere Konzentration gedanklich zu sammeln. Es kann ja auch nur ein Gedanke sein, so eine Affirmation, so ein Satz. Also ich sitze jetzt hier, weil ich gesünder werde. Oder ich programmiere mich, dass ich mir gesund hätte. Okay? Und diese Affirmation, dieser Gedanke, ich bin gesünder, das kann man ja auch praktizieren. Wenn das aktuell ist, wenn das sein muss. Und trotzdem werdet ihr von anderen Gedanken unterbrochen. Es kommen irgendwelche Erinnerungen hoch oder es kommen andere Gedanken hoch, die euch sagen, heute plane ich noch das und das und das. Also nach meiner Yoga-Einheit, nach der Meditation muss ich das und das erledigen. Oder an die Arbeit irgendwie, dass ihr euch erinnert. Oder sonstige Sachen aus eurer weiten Vergangenheit, aus der Kindheit. Und diese Gedanken unterbrechen eure Konzentration. Und dann kann man das in Form von einer Linie aufzeichnen. Also wir haben hier unseren Satz. Ich bin gesund und denkt immer dran. Ich bin gesund. Also ihr müsst es nicht ständig wiederholen, sondern einfach diesen Gedanken, diesen Impuls in euch einschalten. Und dann kommen andere Gedanken und die unterbrechen diese Gedankenlinie, diese Gedankenfolge. Okay? Hier ist die Konzentration, hier ist die Unterbrochen. Ihr denkt wieder, was muss ich jetzt einkaufen? Geht irgendwie eure Einkaufsliste durch und dann erinnert euch, eigentlich konzentriere ich mich. Eigentlich bin ich in der Praxis. Und kommt zu eurer Aufgabe zurück. Und konzentriert euch ein paar Sekunden weiter, bis dann der nächste Gedanke kommt. Ihr erinnert euch zum Beispiel, dass ihr mit einem eurer Kollegen heute in der Arbeit irgendwas diskutiert habt. Also keiner wollte dem anderen recht geben. Dann ist dieser Gedanke wieder im Kopf. Und dann nach ein paar Sekunden erinnert ihr euch daran, ich habe ja meditiert. Ihr kommt wieder zur Aufgabe zurück und habt auch wieder die Aufgabe. Und so ist eure Stunde. Und wenn wir dann das Beispiel heutige Morgenmeditation betrachten, wir konzentrieren uns auf die Atmung. Es kommt ein Gedanke. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Atmung. Es kommt ein Gedanke. Und manchmal, abhängig von eurem Zustand, was ihr an diesem Tag erlebt habt, kann es sein, dass die Konzentration nur kurz ist. Dann habt ihr unterschiedliche Gedanken, wir waren im Kopf. Dann ist die Konzentration wieder kurz. Und dann habt ihr wieder so eine Unterbrechung, wo viele Gedanken rumschwirren. Und dann kann es vielleicht sein, dass das mit der Zeit die Gedanken kürzer werden. Und die Abschnitte, wo ihr euch wirklich konzentriert bei der Sache dabei seid, die werden immer länger. Und das Ziel ist auch, für alle Meditationen, für alle Konzentrationen, diese Zeitspanne so kurz wie möglich zu halten. Und diese Konzentrationsabschnitte so lang wie möglich zu halten. Also so lang wie möglich auszubauen. Und das ist natürlich auch Training. Klar, wie ich das vorher sagte, hängt das von eurem Zustand ab heute. Wenn ihr einen stressigen, vollen Tag gehabt habt, ist es schwieriger. Wenn es mal Wochenende ist und ihr den ganzen Tag abschalten konntet schon mal und eure Ruhe genießen konntet, dann wird es viel besser funktionieren. Und nach und nach ist es dann so, das ist jetzt so eingleisig oder einspurig. Nach und nach kommt man dann auf so einen Zustand, wo dann der Gedanke, Atemkonzentration ständig da ist. Und ich habe schon irgendwo im Hinterkopf Gedanken, aber die schaffe ich, dass ich gleich merke, dass der Gedanke kommt. Ich gehe von meiner ersten Aufgabe, mich hier auf den Atem zu konzentrieren, gehe ich nicht weg, sondern habe parallel noch andere Gedanken. Also meine Arbeit, meine Einkaufsliste, die schaffe ich früh genug abzuschalten und die unterbrechen meine Konzentration nicht. Okay, das ist schon die nächste Stufe. Okay, eure Konzentration ist fortwährend, eine gerade Linie und links, rechts tauchen bestimmte Gedanken auf. Ihr lasst euch nicht ablenken. Hier habt ihr vergessen, dass ihr euch konzentriert. Das kennt ihr auch bestimmt alle. Okay, dann müsst ihr zurückkommen. Und das Tiana ist dann die siebte Stufe, wenn ihr auch keine so nebensächlichen oder Nebengedanken mehr habt, sondern eure Konzentration ist eine gerade Linie und über eine sehr, sehr lange Zeit. Und eine sehr, sehr lange Zeit sind zehn Minuten. Weil das ist wirklich eine große Herausforderung, zumindest eine Minute ohne irgendwelche Gedanken zu sein. Aber ein paar zehn Minuten wäre schon ideal. Im Grunde genommen ist es auch so, dass wir sagen, also, was haben wir hier, einen leeren Kopf zu bekommen, gedankenlos zu werden. Weil Patanjali schreibt, Yoga, Yoga, Chita Vritini Rodha. Also Yoga ist der Stillstand der Gedanken, also wenn der Kopf leer und ohne Gedanken ist. Das schaffen wir aber nicht, weil wir das nicht gewöhnt sind, weil unser Verstand auch nicht trainiert ist, ohne Gedanken zu verbleiben. Wir müssen irgendwelche Gedanken im Kopf haben. Und deshalb schaffen wir es für uns, wie so eine helfende Brücke, wir konzentrieren uns auf irgendeinem Objekt. Wir haben hier die Konzentration gehabt, das hat Tcharana. Es kann alles Mögliche sein. Es kann auch sein, ich konzentriere mich nur auf die Nasenspitze und trainiere das. Ich konzentriere mich auf die Atmung und dann ist das mein Konzentrationsobjekt. Ich konzentriere mich auf die Kerzenflamme, habt ihr heute gemacht, Trataka. Dann ist die Kerzenflamme mein Konzentrationsobjekt. Es gibt alles Mögliche. Man kann sich auf die auf- oder heruntergehende Sonne konzentrieren. Man kann sich auf seinen Puls konzentrieren. Also es ist wirklich helfend, ein Objekt auszusuchen oder auf eine Gottheit meinetwegen. Es ist wirklich helfend, ein Objekt auszusuchen, bevor ihr sitzt und euch so meditiert, dass der Kopf leer wird. Es wird endlich leer, ich will keine Gedanken oder sonstiges, was man sich da durchspricht, das wird am Anfang nicht passieren. Das muss auch nicht sein. Die Lösung ist eben, über ein Objekt sich zu konzentrieren. Und wenn ihr euch auf ein Objekt gut konzentrieren könnt, wenn die Konzentration fortlaufend ist, dann ist es so, dann kann es spontan zu einem Sprung kommen. Am Anfang ist es immer spontan, dass man in die erste Stufe, weil Samadhi hat auch unterschiedliche Stufen, dass man in die erste Stufe des Samadhi spontan rüberspringt. Und die ersten Stufen beschreiben die Praktiker so, das ist dann so, es ist irgendwie ein helles Licht, das man sieht. Und es sind tatsächlich am Anfang wirklich nur Sekunden. Oder man stellt fest, man muss gar nicht atmen, man hat jetzt langsam geatmet, dann sitzt man da ohne Atem. Es ist so, als ob die Atmung auch irgendwie auch nur eine Illusion ist, dann sitzt man ein paar Sekunden da, in diesem hellen Licht. Und dann ist es spontan, fällt man wieder da heraus. Sobald man anfängt oder sobald ein anderer Gedanke kommt, der wirft euch heraus. Also da ist Selbstkontrolle wirklich sehr, sehr wichtig. Weil ohne Selbstkontrolle, naja, da kommt ihr gar nicht weit. Ihr kommt überhaupt nicht rein, ohne Selbstkontrolle. Deshalb beginnen wir den Körper zu, der Körper ist schon die zweite Stufe. Wir beginnen unsere Lebensweise zu kontrollieren. Also unser Verhalten zu kontrollieren, über die Yama-Niyama-Prinzipien. Danach beginnen wir unseren Körper zu kontrollieren. Wenn wir das gut können, dann können wir beginnen mit dem Verstand zu arbeiten. Vorher auch die Emotionen vielleicht. Also Emotionen kommen vor dem Verstand. Und wenn wir dann mit dem Verstand arbeiten, passieren solche Dinge. Okay, gut. Und das wäre so der kleine Einstieg ins Samadhi. Weil ihr dann nicht mehr das Objekt oder das Symbol oder den Gegenstand wahrnehmt oder so. Ihr seid auf einer anderen Stufe. Und diese Stufe sind schwierig zu beschreiben. Weil das ist ein Bewusstseinssprung. Wie gesagt, der ist am Anfang spontan. Und nach und nach, wenn man sich das antrainiert, kann man halt das kontrolliert machen, diese Sprünge. Und am Anfang, bis man den Zustand erreicht, müsste man vielleicht eine, zwei, drei Stunden sitzen. Aber mit der Zeit, wenn das oft passiert, dann verkürzt sich die Zeit. Also dann setze ich mich hin, oder so ein erfahrener Praktiker setzt sich hin, der kann nach ein paar Minuten da rein. Und der beginnt dann zu meditieren. Es ist ja auch noch so, dass wir halt aus dieser Welt uns zurückziehen oder uns herausziehen. Und betreten eine andere Welt durch die Meditation. Und die andere Welt, da wollte ich ja heute auch nochmal drauf kommen, das ist die Welt, wenn wir klinisch tot sind zum Beispiel. Oder solche Träume haben, wo wir uns wahrnehmen im Traum. Also wer hat schon im Traum sich sowas erlebt, dass man spürt, dass man seinen Körper verlässt und irgendwie den Raum sieht. Also man ist nicht aufgestanden, aber man ist aufrecht oder man schwebt irgendwo unter der Decke im Raum. Also bei manchen Menschen kommt das schon manchmal vor. Aber öfter in so Extremsituationen. Also entweder man hat eine sehr, sehr schwache Energie, man ist sehr, sehr krank, man kann das vorkommen. Oder man hat eine sehr, sehr starke, sehr viel Energie. Man kann das auch vorkommen. Das kommt eigentlich bei allen Menschen vor. Nur wir merken das nicht. Also es ist ständig so, wenn wir träumen, unseren Körper verlassen, fliegen wir irgendwo weg. Und es ist auch so, dass man das die ersten paar Sekunden schon mitbekommen kann. Und dann ist einfach irgendwo der Cut und das Bewusstsein das nicht mehr aufnimmt. Vielleicht auch zu unserem Schutz. Weil wenn wir mitbekommen würden, was wir erleben im Traum, uns würde nicht alles gefallen und uns würde viele sehr viel Kopfschmerzen bereiten, wirklich in dieser Welt. Das heißt, wenn man jetzt so Albträume dazu sagt oder wenn man irgendwelche niederen Schichten des Universums oder des Daseins dann besucht den Traum und guckt, wie das dazu geht und diese Emotionen erlebt, dann kann es so sein, wenn das zwei, drei Tage hintereinander passiert, dann möchte man gar nicht mehr schlafen, weil man will das gar nicht sehen. Deshalb schaltet das irgendwo ab. Also da gibt es bestimmten Filter, wo das Erlebte, das Gesehene, wenn wir das auch brauchen für unsere Erfahrung. Wir haben in dieser Welt mit unserem jetzigen Bewusstsein, kennen wir das nicht oder können uns nicht daran erinnern. Auch aus diesem Hintergrund, weil unser jetziges Bewusstsein, so wie ihr jetzt euch wahrnehmt als eine Persönlichkeit, Mann oder Frau, das ist nur eine winzige Spitze eines riesengroßen Eisbergs, was sie eigentlich ausmacht. Eure Seele mit den ganzen Erfahrungen, mit dem früheren Leben und mit euren ganzen Fähigkeiten, da habt ihr also nicht die geringste Ahnung, wer ihr eigentlich seid oder was ihr aus euch eigentlich an die Oberfläche herausziehen könnt. Aber wir müssen hier bestimmte Lektionen vielleicht erfahren, wir haben hier eine bestimmte Weise zu leben und wir sind eigentlich in diese Illusion, von dieser Illusion gefahren und wissen eigentlich nicht, wer wir sind. Also unter dieser Oberfläche, unter dieser Schicht, in unserem Bewusstsein speziell. Und hier, diese Zustände, Dharana, Dhyana, Samadhi, Patanjali beschreibt es ja auch so, dass wir in dieser Illusion gefahren sind und wir können uns meditativ aus dieser Illusion herausziehen. Also der Samadhi-Zustand ist der gleiche Zustand wie der klinische Tod und ist der gleiche Zustand wie der normale Tod. Nur Samadhi kann man kontrollieren. Also man verlässt den Körper kontrolliert, man kommt in den Körper kontrolliert zurück. Wenn man stirbt, dann verlässt man den Körper und die Seele wandert dann weiter in ihre Welt. Okay, das ist der einzige Unterschied. Hier kann man das steuern. Und bei manchen Yogis kommt es so vor, sie verlassen ihren Körper, der Körper mumifiziert sich, also der Körper verweist nicht. Da gibt es ja auch ein paar Fälle, wo man solche Mumien findet. Und die Seele bzw. der Geist, der wandert irgendwo in verschiedenen Welten und dann kann er, wenn er sich daran erinnert, da unten ist irgendwo mein Körper. Er kann zurückkommen und den Körper wieder zum Leben erwecken, sozusagen, wenn er genug Energie hat. Wenn er in diesen Welten so ein bisschen sich verspielt, wie heißt das, verspielt nicht, so, zu viel Gutes erlebt, zu viel lustige oder interessante Sachen erlebt, vergisst er seinen Körper hier auf der Erde, bis er zerfällt. Für uns ist es so, dass der Mensch gestorben ist, aber aus seiner Sicht ist er nicht gestorben. Aus seiner Sicht besucht er verschiedene bunte Welten und erlebt dort schöne Sachen. Also, und sein Körper interessiert ihn aus dieser Sicht gar nicht mehr. Und von einer Frau, die ertrunken, also halt klinisch tot war während der Ertrinkens, als sie kleines Mädchen war, sie kann sich auch noch sehr gut daran erinnern. Und sie sagt, sie hat erzählt, sie wollte nicht zurück in den Körper, weil es dort so schön war. Und dieses Zurückkommen, dieses Zurückdringen in den Körper, das ist auch schon mit Schmerzen verbunden. Das ist für die Seele nicht so schön, weil die Seele ist so eingepfercht in diese Materie. Und sie möchte sich auch irgendwo befreien, weil sie, ja, eine andere Substanz ist halt, nicht unbedingt energetische, sondern sie ist der Geist. Okay? Sie ist der Geist. Okay, deshalb. Und außer diesen Samadhi-Zuständen, weil ich ja gesagt habe, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Und der höchste Samadhi-Zustand ist das Nirvikalpa-Samadhi, wo die Seele oder der Geist den Körper verlässt und zum Ursprung zurückkehrt und mit dem Absolut verschmilzt. Dann ist das keine Persönlichkeit mehr, weil wir sind als Persönlichkeit so ein Teil des Ganzen, so eine kleine Seele. Und man kann bewusst dann in diesen Ozean, oder zum Gott, wie drückt man sich da denn richtig aus, in den Ozean wieder zurückgehen und wieder mit dem Gott verschmelzen, wieder ein Teil von ihm werden. Und dann haben wir keine Persönlichkeit mehr. Wir haben irgendwo unsere Erfahrung mit reingebracht, zu der ganzen Erfahrung, aber wir existieren nicht mehr. Und das wäre das eigentliche Ziel der Schöpfung und des gesamten Universums. Ansonsten passiert das mit 99,99% der Seelen so, die kommen irgendwo an diese Oberfläche hervor, die leben ein bestimmtes Leben und die, naja, gehen in die Unterwelte. Also, dass man höher aufsteigt oder nach dem Tod ins Paradies kommt oder auf höhere Planeten oder Welten oder mit dem Absolut verschmilzt, dann muss man so einen Status von einem Heiligen haben, zum Beispiel so Jesus, Buddha oder andere Heilige. Die hatten schon starke Kanäle, entlang derer sie nach oben konnten, nach oben, nach unten. Aber der normal sterbliche Mensch, der hat diese Kanäle nicht, vor allem Menschen, die an sich auch gar nicht arbeiten. Und die gehen in die Unterwelten dann. Und aus den Unterwelten, da leiden sie und warten eine sehr lange Zeit, bis sie irgendwann wiedergeboren werden. Das heißt, dann ist man immer noch nicht frei nach dem Tod. Naja, nicht ganz. Man ist auch nicht frei von seinen eigenen Äxten und Gedanken, weil wenn man in die Unterwelt kommt, ist es, glaube ich, nicht so, dass man dort so gequält wird, sondern es sind die Emotionen und Eindrücke, die man dort erleben muss. Die sind für die Seele so schlimm. Und davon kann sie sich nicht befreien. Aber wenn du keinen Körper hast, hast du keinen Schmerz? Hat jemand schon so einen Traum gehabt, wo er sich im Traum so Schmerzen gehabt hat oder was gebrochen oder verletzt oder sonstiges? Oder im Traum sehr viel Angst gehabt? Aber Angst haben, denke ich, viele im Traum. Und das ist ja auch Emotionen, obwohl man im Traum ist, obwohl man sagt, ja, das erlebt nicht der Körper, das erlebt eine andere Instanz von mir, aber man erlebt trotzdem Angst und Schmerzen. Du lebst ja in deinem Körper, wenn du träumst, lebst du, dann bist du nicht weggekoppelt. Man wird schon oft weggekoppelt. Nur diese Verbindung zum Körper, die bleibt aufrechterhalten. Das beschreibt man wie so ein silberner Faden. Und wenn der silberne Faden reißt, das ist ja auch in der Mythologie so, dass der Sensemann oder irgendwelche Göttinnen oder Götter diesen silbernen Faden abschneiden, dann ist die Seele weg. Aber beim Samadhi bleibt dieser Faden irgendwo noch aufrechterhalten, die Verbindung zum Körper besteht noch da. Und an diesem Faden kommt die Seele zurück und beseelt den Körper wieder. Dann ist der Körper wieder drin. Aber wenn der Körper schon nächstverkammelt... Aber das ist dann, dann muss die Seele weiter wandern. Aber das ist noch eine sehr gute Frage, wie er den Schmerz überhaupt erlebt. Ist das der Körper? Das ist ja auch philosophisch. Der Körper, der Körper, das sind ja nur, wie heißt das? So Elektrosignale, Nerven, Signale in den Nerven. Aber ein Signal im Nerven, das ist ja kein Schmerz. Das ist ein Signal im Nerven, das ist ein elektrischer Impuls. Und der Verstand, der Verstand bekommt es und analysiert das. Und für den Verstand ist es irgendwo Schmerz. Aber was ist der Verstand? Vielleicht ist es ja auch unsere Energie oder die Seele, also unsere feinstofflichen Körper, die, wo dieses Signal als Schmerz bezeichnen und als Leid. Und ein anderes Signal bezeichnen sie als angenehm. Weil ob uns einer kitzelt oder halt so streichelt, sind ja auch die gleichen Signale. Also die Nerven schicken das irgendwo zum Gehirn. Aber wer das als Schmerz und wer das als Ding wahrnimmt, das muss nicht unbedingt der Körper sein. Okay? Gut, wo sind wir stehen geblieben? Man sagt ja auch die seelischen Schmerzen. Genau, die seelischen Schmerzen, die sind auch lang andauernd. Und es hat schon irgendwo alle seine Ebenen. Wenn du das über ein Problem hast, dann übertreckst du es irgendwann auf den Klober. Und dann hast du dann so richtig, dann hier auch. Ja, weil ich dachte, wenn man tot ist, dann hier ist man eine Frage. Es gibt ja Totenbücher. Totenbuch ist ein Buch mit einer Anleitung, wie man die Seele begleitet im Jenseits. Also die ersten 40 Tage. Im Buddhismus ist es noch ganz deutlich geblieben bis in unsere Tage. Und ich habe gehört, in anderen Kulturen gab es auch, in der slawischen Kultur, so ein Totenbuch, wo Priester oder Eingeweihte sich hinsetzen, wenn einer gestorben ist. Und die lesen bestimmte, nicht Gebete, sondern wie er sich zu verhalten hat. Weil die Seele hat dann noch eine kleine Verbindung mit dieser Welt. Und die Seele kann noch diese Gespräche oder diese Gebete wahrnehmen. Weil es im Jenseits sehr viele Fallen gibt, wo die Seele einfach hineintappen kann. Also man beschreibt das wie so ein Fluss, den man überqueren muss. Und diesem Fluss sind lauter Netze und Fänge, die wo die Seele festhalten und nach unten ziehen. Und man kommt nicht ans andere Ufer. Das sind leider auch mitzugeschrieben. Ja. Die Germanen ist es auch so. Also sogar für den Germanen ist es auch so. Also das ist in jeder Mythologie, denke ich, war es früher so, weil es ist einfach unsere Welt, also das ist unser Universum. Und ob man jetzt aus der indischen Kultur da rausblickt oder aus der buddhistischen Kultur oder aus der germanischen oder slavischen, die Menschen nehmen das Gleiche wahr. Bloß beschreiben sie das anders. Und es ist ja auch noch so, die Informationen aus dem Jenseits oder aus der anderen Welt, das sind Informationen. Und wie der Körper das umsetzt, hängt schon wieder von eurem Verstand ab. Also warum gibt es so viele unterschiedliche Bilder von Gott? Also die Energie ist die gleiche, aber unser Verstand, das ist wie so ein Code bekommen wir und wir entkodieren oder dekodieren diese Information und verwandeln diese Informationen in bestimmte Eindrücke oder Bilder. Und deshalb malt jeder Künstler den Gott ein bisschen anders, obwohl die beiden Künstler qualitativ die gleiche Energie bekommen haben. Aus ihrer Welt anschauen wir ihn heraus einfach. Es beginnt ja schon beim Buddha, manchmal wird er mit schwarzer Haut gemalt, manchmal mit weißer Haut, manchmal mit runden Augen, manchmal mit Schlitzaugen. Ja, aber keiner kann Gott malen, das ist doch kräftig. Ja, aber die Menschen malen diese Eindrücke, die sie bekommen. Natürlich kann keiner Gott malen, weil Gott auch der Pinsel ist und das Blatt und die Farbe und der Künstler selber. Also kann man Gott nicht malen. Aber man kann bestimmte Eindrücke malen. Das ist für den Menschen leichter, um sich auf etwas zu konzentrieren. Weil Gott ist so ein abstrakter Begriff. Man kann sich sehr viel darunter vorstellen. Aber wenn man einem Menschen ein Bild hinstellt und sagt, das ist Gott, du musst ihn jetzt anbieten, dann ist es für den Menschen ein bisschen leichter und einfacher, sich irgendwas darunter vorzustellen. Deshalb gibt es so Bilder davon, Symbolen oder Ikonen. Und wenn jemand sagt, denke ständig permanent an das Göttliche? Ja, wenn er es schafft zu denken, wenn er es schafft, so abstrakt das in sich einzufangen oder in sich zu altern, dann natürlich ist das auch sinnvoll. Also speziell Bilder oder Statuen oder Götzen, das ist speziell dafür, weil der Mensch sich darunter nichts vorstellen kann. Das ist zu amorf und zu abstrakt. Oder Licht. Oder das Licht. Das Licht ist auch eine sehr gute Möglichkeit zu meditieren und zu praktizieren. Darauf kommen wir auch. Und wir haben hier eine Komponente bei sich sein oder mit sich selbst verbinden. Ob ihr sagt, ich verbinde mich zu meinem höheren Ich oder ich verbinde mich zum Gott oder zum Universum, das ist eigentlich das Gleiche. Und Yoga ist eigentlich diese Verbindung auch in der Übersetzung. Wie das deutsche Wort Yoch und der Joint auf Englisch, Verbindung, Verknüpfung, ist das Wort Yoga, weil es aus dem Sanskrit, das sind ja indoeuropäische Sprachen, ist das Wort Yoga nur eine Verbindung. Also wenn ich Yoga praktiziere, schaffe ich mir eine Verbindung nach oben. Ihr könnt das anders auch bezeichnen. Und das Ziel ist eigentlich auch dir, sich auch zu verbinden. Also mit seinem höheren Ich zu verbinden. Und euer höheres Ich ist auch eine gewisse Instanz, die man auch als gewiss irgendwo bezeichnen kann. Wenn ich hier so ein ganz normaler Durchschnittsmensch mit meinen Wünschen, Begierden, mit meinen Problemen, mit meinem Alltag hier existiere, dann existiert irgendwo ein übergeordnetes Aspekt von mir selbst. Das heißt, etwas Höheres, etwas Reineres und Helleres und Edleres und Tugendhafteres, als ich, der ich jetzt bin. Und wenn man die Verbindung, ja gleichzeitig, wenn man diese Verbindung nach oben schafft und aufbaut, dann hat man so mehr, dann wird man so wie von seinem höheren Ich geführt oder geleitet sozusagen. Aber das ist schon auch das Gewissen. Also das sagt einem, was gut ist, was schlecht ist, wie man sich verhalten sollte, wie man sich nicht verhalten sollte. Aber das ist ja auch in den anderen Traditionen so. Also in der Yoga-Tradition haben wir fünf Koschas, also fünf Ebenen. So physische Ebene, emotionale Ebene, mentale Ebene. Und dann gibt es rein so in die Butchi, also der Butchi-Körper und dann der Astralkörper, wir wissen was anderes. Also die bezeichnen die fünf Koschas. Und im Grunde die tiefste oder die höchste Ebene ist der Kausalkörper. Da, wo der Grund unserer Reinkarnation so gespeichert ist. Oder die Absicht, warum wir hergekommen sind, gespeichert ist. Und der Kern, das sind ja wir oder unsere Schwaden, wie es das heißt. Das ist aber, wie man sagt, auch nicht die Seele. Die Seele ist irgendwo auch ein Trieger dieses Bewusstseins. Und der Kern der Bewusstseins, so diese inneren Beobachter, das sind eigentlich wir. Okay. Aber jetzt muss ich hier noch eine Sache erklären, warum wir eigentlich auch meditieren. Meditation ist auch eine Methode, um die Wahrheit herauszufinden. Wenn wir ein Objekt betrachten, heißt es, wir haben hier unser Auge, wir haben hier ein Objekt. Und irgendwo fällt Licht auf das Objekt und das Objekt reflektiert das Licht, unser Auge nimmt es auf. Und wir verarbeiten irgendwie und sehen da einen Würfel. Projektion. Eine Projektion. Aber wir sehen den Würfel nur von einer Seite. Zum Beispiel wäre der Würfel hier blau und auf der Rückseite rot und überall hier vorne blau. Wo ich ihn sehe, würde ich annehmen, der Würfel ist überall blau. Also das ist meine logische Schlussfolgerung. Das heißt, ich sehe jedes Subjekt nicht so, wie das Subjekt eigentlich ist. Und wir sehen unsere Welt eigentlich immer so. Wir sehen nur einen sehr kleinen Abschnitt von unserer Welt. Und so ist unsere Auffassung über diese Welt eine sehr, sehr primitive. Damit ich halt komplett die ganze Information, so viel wie möglich Informationen über diesen Würfel habe, müsste ich mich meditativ mit ihm verschmelzen. Also Würfel, das ist nur ein Beispiel, um das zu verstehen. So kann man sich meditativ mit jedem Objekt verschmelzen. Also man meditiert so jetzt, jetzt in diesem Beispiel auf den Würfel. Und ich habe noch, also Subjekt, das bin ich. Und das ist das Objekt. Und dazwischen ist dieser Prozess, das Sehen, die Wahrnehmung. Und in dem meditativen Zustand bringe ich mich so weit, dass es kein Subjekt und kein Objekt mehr gibt. Und diese Handlung, das Sehen, der hört auch auf zu existieren. Ich verschmelze mit dem Objekt. Okay, ist deutlich. Also ich löse mich auf. Also ich existiere nicht mehr. Ich bin das Subjekt. Ich werde zu diesem Würfel. Und wenn ich zu diesem Würfel geworden bin, meditativ, dann weiß ich alle seine Kanten, alle seine Ecken und ich weiß alle seine Farben. Also das ist grob erklärt. Auch eins der Sinne der Meditation. Und so kann ich mich mit einem Baum verschmelzen, mit einer Gottheit verschmelzen, vielleicht auch mit einem Menschen verschmelzen. Und so lese ich die Information ab. Also ich lese die Information nicht mit meinen Augen ab, also das, was mir die Optik bieten kann, sondern ich verschmelze mit dem Objekt meine Beobachtung. Ich werde zu diesem Objekt und dann weiß ich alles über das Objekt. Weil ich bin das Objekt. Oder ich schaue, frage andere Menschen. Ja, aber die anderen Menschen, dann ist mein Spektrum zwar größer, aber die anderen Menschen haben die gleiche Sinnestäuschung wie ich. Aber die sehen es von der anderen Perspektive auch. Jetzt sitzen die auf der roten Seite. Aber wir sind heute beim Meditieren. Also unser... Weißt du, du sagst, der ist blau und die sagst, der ist rot. Da kommt es auch nicht weiter. Ja, genau. Aus eigener Erfahrung. Also ich wollte damit euch nur den Sinn geben, wie das früher verwendet wurde, das Yoga. Also wenn ich mir eine Frage stelle, wie ist das und das? Und dann gehe ich mit dem Meditativen da rein und ich ziehe mir die einfach runter. Also wie man heute ins Internet geht und sich die Antwort runterlegt, so konnte man durch Meditation sich die komplette Information über ein Objekt oder einen Zustand oder einen Gegenstand runterladen. Ja, früher. Naja, vielleicht gibt es heute... Es gibt bestimmt heute Menschen auch, die das beherrschen, aber ich weiß nicht, wo die leben, in welchen Klöstern oder Bergen oder wo sie meditieren. Aber es ist bestimmt... Hellseer. Das kommt schon hin. Hellseer. Obwohl, naja, es geht schon in die Richtung. Ich sage jetzt nicht, dass die Hellseer das Gleiche machen, das Gleiche können, praktizieren, aber es geht schon in die Richtung. Naja, du hast ja manchmal eine Vision von irgendwas, dass so ein Bild kommt, was du eigentlich nicht willst. Und das ist ja spontan. Und hier ist alles gesteuert. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und wenn das spontan kommt, die Vision oder eine Eingebung, dann ist ja auch nicht eine Garantie dafür, dass es halt auch tatsächlich so ist. Man bekommt oft Eingebungen von irgendwelchen Energien oder Kräften oder so, die einen auch ein bisschen täuschen wollen oder die einen mit einem bisschen spielen wollen. Da muss man wirklich sehr gut aufpassen, was man mit dieser Vision dann anfängt, was man damit alles macht. Ja, weil ich meine, wenn du meditieren möchtest, aber irgendwie schon sind Kräfte, die, keine Ahnung, die dich beeinflussen, dann muss man lernen, sich davon zu distanzieren. Also dieses Vairagya. Durch das Konzentrieren auf sich selbst, durch das Zentrieren. Das haben wir auch, jetzt in diesem Fall sehr oft erwähnt worden, also dieser Begriff, dass man sich einfach zentriert, dass man bei sich ist. Dass man sich nicht, dass man auch, es gibt ja auch so einen guten Begriff oder so einen Vorsatz. Buddha sagte, wenn du in der Meditation Buddha triffst, dann töte Buddha. Weil die ganze, weil wenn ihr in der Meditation euch etwas oder jemand als Buddha erscheint, das kann nicht Buddha sein. Weil Buddha ist überall und hat sich aufgelöst. Aber es können bestimmte Einflüsse sein oder sonstige sein, die euch in Form von einer Gottheit irgendwo erscheinen und euch etwas vortäuschen. Also da muss man auch sehr kritisch das alles sehen. Ja, gibt es immer die Frage, ich bin nicht meine Gedanken, und ich bin nicht ausschließlich meine Gedanken, wo die herkommen. Und dazu möchte ich euch noch Folgendes sagen, wenn ihr dann meditiert und irgendwelche Gedanken kommen, seht das nicht als eine Störung und eine Ablenkung, sondern seht das so, dass es irgendwo wie so ein Gefäß oder, naja, so eine Flüssigkeit und aus eurem Inneren von diesem ganzen Absatz, was ihr angesammelt habt, Unreinheiten, sagen wir mal dazu, die lösen sich auf, die steigen, sieht diese Gedanken so, ihr befreit euch davon. Es löst sich alles auf. Irgendwo wie so eine Kruste, die dann abblättert, das kommt an die Oberfläche und die Gedanken verschwinden, lösen sich auf. Also ihr seid davon gereinigt. Also lasst, die Gedanken darf man ja nicht unterdrücken, weil das ist das Gleiche, wie wenn ihr diese Unreinheiten unterdrückt, in euch drin lässt. Lässt sie ein bisschen heraus und denkt euch so, dass ihr euch davon befreit. Okay? Und dass es euch dann noch besser geht im Nachhinein, dass eure innere Welt reiner wird dadurch, oder reiner ist. Also das eine ist, dass du dich völlig, bei dir bist und völlig nach innen richtest und sozusagen kapst. Aber das gibt ja die zweite Möglichkeit, aber andere Möglichkeit, dass du gleichzeitig bei dir bist und aber den Kontakt nach außen auch das Bewusstsein... Aber das kommt ja darauf an, was man erzielen möchte oder warum man meditiert. Es ist ja das jetzt, man muss ja zuerst bei sich ankommen und dann kann man irgendwo weiter rauf oder nach links, nach rechts meditieren. Ja, aber ich habe das immer so empfunden, dass man sich so isoliert. Wenn man sich völlig zurückzieht, dann ist man so isoliert. Aber von was? Von der Außenwelt? Ja. Aber in der Innenwelt ist doch, es sagen doch viele, wie heißt das, Philosophen, die sagen doch, in der inneren Welt sind alle Antworten und der inneren Welt ist das Universum. Oder die äußere Situation... Nee, also ich will darauf hinaus, dass wenn man ins Innere geht, hat man sowieso das ganze Universum in sich und alle Antworten. Also man isoliert, man isoliert sich vor nichts, man hat nur seine Aufmerksamkeit von außen nach innen gewendet. Verbunden bleibst du ja trotzdem mit allem, du kannst dich nicht irgendwo abkapseln und ein einzelnes Universum schaffen, weit von allem. Also dann würdest du schon isoliert sein. Aber weil du hier in diesem Raum bleibst und um dich herum das alles fortbestehen bleibt, bleibst du ja hier. Nur deine Aufnahme und Wahrnehmung ist in deinem Inneren. Und das Äußere, das stört dich einfach nicht mehr.